Liebe Schüler vom Fürstwald-Gymnasium, eure Idee von eurer eigenen Weltmeisterschaft hat sich bis nach Freiburg durchgesprochen. Ich freue mich, Teil davon zu sein bei eurer Podiumsdiskussion zum Thema Fußball und Menschenrechte. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Motivation, egal in welchen Berufsgruppen ihr nachher landet. Bleibt dran, auch wenn mal was nicht so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt. Natürlich wünsche ich euch ganz viel Spaß. Es muss ja immer dabei sein bei so einer Sache, der Spaß sollte nicht zu kurz kommen. Und dann freue ich mich im Juni sehen zu können, was ihr da alles auf die Beine gestellt habt. Und bis dahin wünsche ich euch einfach eine schöne Zeit und frohes Schaffen und viele Grüße aus Freiburg.